Ein wunderschöner Hallo und Willkommen bei den Goldspielen für die Xbox One, für die Xbox 360 und diesmal sogar bei der zweite Xbox One Spiel für Ende November, was wohl nur auf unserer deutschen Marktplatz ist, weil der Rest der Welt kriegt wohl Weiss zu der Sonne, also Rennen zu der Sonne, keine Ahnung, Weiss zu der Sonne oder so, oder so, oder so, so. So, und wir kriegen Kobold, keine Ahnung, was das ist, habe ich noch nie gespielt und das spielen wir jetzt um die 20 Minuten, wie immer. Das andere One Spiel habe ich ja um die 10 Minuten gemacht und danach gehen wir so dann des Inferno auf der 360, was ein Megaspiel ist, so ähnlich wie Ninja Game, so Geschnetzel. Und jetzt gucken wir uns das hier an. Nehmen wir Geschichte. Äh, weiter, Funke, äh, 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 okay, Emotion. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Was zur Hölle. Augenswinkern, warum nicht? Egal, ähm, wir machen weiter. Reis. Oh, die Optik ist ganz nett. Oh, die Optik, äh, 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 äh. Oh. Äh, wie kann ich die... Man kann sogar Radio einstellen. Boah. Wie war denn das Räufen? Äh. Ach so. Äh. Wie steckt man die Waffe weg? Ach so. Aber die Frage ist warum kriegt der Deutsche Marktplatz das und die anderen das? Ich habe auch nicht ausprobiert ob man es äh von den Marktplatz beide runterladen kann. Das habe ich nicht ausprobiert. Ich will doch gar nicht die Waffe. Also. Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Ja. Wie? Was Galaktipedia Server? What? Oh man! Aha! Tschüss! Ah, jetzt gehe ich hier durch! Cool! Was? Finde den Nexus? Alles klar! Hä? Teleporter? Okay! Das Spiel ist ganz nett! Würde ich mal behaupten! Da hat mir das andere One-Spiel ein bisschen mehr gefallen, muss ich echt sagen! Das hier war sehr viel umfangreicher! Und sehr viel zu lesen! Und das andere war schön Geschicklichkeit! Ui, was? Was ist denn da oben? Ui! Sicherheitssystem? Aha! Ja! Jetzt komme ich nicht mehr da ran! Wow! Was ist das hier? Ah! Ah! Ein Eisplanet auf jeden Fall! Hä? 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 Okay! Ah! Jetzt haben wir heute aufgemacht! Eine Menge zu lesen! Ja! Ein bisschen schneller werden! Juuu! Was soll das überhaupt sein? Roboter? Was ist gerade das Respawn? Hä? Was habe ich jetzt hier mal? Wow! Ah! Hä? Oh! Toll! Was? Wow! Ein Stein schlagen! Wow! Sind wir hier bei Minecraft? Ähm! Ah! Wie selig! So! Okay! Was du? Hölle! Oh! Was? Du musst ein Katzenpilz sein? Ja! Ist klar! Wer bist du? Ich bin Agent Kobold! Ich bin Agent Kobold! Ich bin Agent Kobold! wasser hier das hat so kann ich auch kämpfen wie hässliche vögel habe ich ein auge verloren aber eine kanone wir spawn ich habe den kopf verloren keine ahnung leuchtknaller müssen wir hier überhaupt lang finde ein geheimnis ich habe noch ein erfolg ja klar die öffnung für den vogel auch habe ein ei gefunden oh man ja komm wo muss ich überhaupt lang was ist das was habe ich denn hier für kram gibt mir doch ja ja ach man doch komme ich habe ihren erfolg kriege aber wir haben alles so klump geheimnis gefunden was notzelle ach so das geht auch ok super mario style sehr umfangreich muss ich sagen was für hölle ist das ähm 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 wozu hölle bin ich ok ok vorsicht kante was zur hölle äh er ist ja gewalttätig hä 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 sehr gut da habe ich dich doch hier ach ne ich muss ja knacken knacken hä wie soll hä 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 ok ich habe mal erfolg ich verstehe es aber nicht was ich da gemacht habe was ist das eine kamera ok kann man auch kaputt machen das ist äh ähm wie ziehe ich denn nochmal nach oben äh 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 ich verstehe das schon wieder nicht laser kanone ja äh sie die die ist alle da 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 könnte man bestimmt irgendwie hin meine kanone ist alle wir sind gleich um die 15 minuten Aber erstmal geh ich Oh Hier lang Weg hier Was? Freigestellt Bergbauwerkzeug Und wieder ein Erfolg Geht weg Was hab ich hier überhaupt in der Hand? Ich hab schon wieder einen Erfolg Warum? Fang Äh, ok Was ist das überhaupt? Meine Güte Aua Heilige Geheimnis Stabgranaten Ja komm Ich hab mein Auge verloren Ist das schlimm? Wow Juhu Oh, was ist das? Hä? Was zur Hölle? Einige Sachen verstehe ich nicht Hä? Okay Okay Das geht nicht Okay Ab und zu kann ich Hoch gucken, aber Achso Oh ne Oh ne Dort geht ne Was zur Hölle Was zur Hölle Alter Hä? Hä? Ah Ah Okay Hä? Kann man da noch Irgendwas anderes machen? Also wir müssen in das grüne Ding da rein Aber Tja Langsam bewegen kann ich mich Okay Okay Habe ich geschafft Oh Ich hab'n Erfolg Huuuuh Oh Wie konnte das nur geschehen Okay Okay Ich sterbe sofort Das wollte ich eigentlich nicht Aua Was Warum sterbe ich eigentlich sofort Das war nicht so Aua Oh Okay Das ist zu Aua So Leute Wir sind um die 18 Minuten Und ich würde Eigentlich Schluss machen Ein sehr nettes Goldspiel Angeblich wohl nur auf dem deutschen Marktplatz Müsst ihr mal gucken Und Ja Mehr hab ich da auch nicht zu sagen Holt ein paar Erfolge Habt Spaß mit Kostenlos ist besser als bezahlen Und ja Haut rein Bis zum nächsten Mal Wir sehen uns bei Dante Auf der 360 Tschau Leute